Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir werden heute wieder Generation 9 Overused spielen, seit ein paar Parts mal wieder. Ich habe mal wieder Bock auf das Tier. Heute besteht unser Team aus einem Bulky Dimiteros T mit Earth Power, Kehrtwende, Tarnsteine und Verhöhner. Einem Defensive Summer Center mit Iron Defense, Body Press, Brüller und Knirscher. Dann hätten wir noch ein Raging Bolt mit Gedankgut, Donnerblush, Fanderclap und Trangpulse. Fanderclap funktioniert hier ja wie Tiefschlag. Nur dass die Attacke halt spezial ist und die Signature Attacke von Raging Bolt. Dann hätten wir noch ein Darkrai mit den Heavy Duty Boots. Ein richtig cooles Set oder wir spielen, besser gesagt, Ehrlich auf diesem Pokémon. Also ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal, dass Darkrai Ehrlich kann. Dann probieren wir es einfach mal. Dazu kann es noch Darkpulse, Eistrahl und Matschbombe. Zum Beispiel der Gegner kann King Gambit reinwechseln, wenn er glaubt, dass wir keinen Focus Blast haben, theoretisch. Und wir können das Pokémon einfach verbrinnen und dann ist das Pokémon verkrüppelt. Dann hätten wir noch ein physisch defensives Golden Go mit Hex, Donnerwelle, Gedankengut und Make It Rain. Und zu guter Letzt noch ein Drachttanz, Dragoran mit Erdbeben, Turbo Tempo und Zugabe. Zugabe, Dragoran, so wie Ehrlich, Darkrai sieht man eigentlich jetzt nicht so oft. Gut, unser erster Team hat ein Team. Wir stehen aus Raging Bolt, Golden Go, Primarina, Glyscore, Lavados und Kyurem. Mal überlegen, ist das... Okay, das ist kein Sample Team, aber egal. Gut, mal überlegen. So, wir werden jetzt einfach mal mit Lannoti leaden. Wir sind schneller, können hier gleich auf Verhöhner gehen. Er könnte auf Schutzschild gehen, um natürlich sein Toxin abzuaktivieren, aber er geht auf Toxin. Hier können wir die Tarnsteine rauslegen und dann werden wir rauskehrend wenden mit unserem Pokémon. Hier werden wir aber safe mal in Golden Go gehen. Wir sind defensiv, auch wenn wir physisch defensiv sind. Denke ich mal jetzt nicht, dass er hier auf Earth Power geht. Drachentanz. Okay, gut. Ja, was will Kyurem gegen uns tun? Wir können hier eigentlich safe auf Make It Rain gehen. Icicle Speed Tank, und Make It Rain müsste eigentlich dieses Kyurem besiegen. Natürlich trifft er fünfmal. Wahrscheinlich hat er das Item... Wie heißt es nochmal? Hm. Obwohl, er kann Tarnsteinschaden bekommen. Okay. Egal. Diesen Kampf haben wir gewonnen. Er hatte wahrscheinlich auf jeden Fall das Item... Wie heißt es nochmal? Loaded Dice im Englischen, oder? Loaded Dice. Ja, so heißt es. Okay, gut. So, der nächste Gegner hat ein Regenteam. Wir stehen aus Pilipper, Quayuzo, Basco Legion, Zapdos, Xenyshox und Xerox. Das sieht irgendwie wie ein Juju-Team aus, aber okay. Aber ich glaube, Rain ist... Oder beziehungsweise Pilipper ist Geban und Politoad nicht. Gut. So, wir werden einfach mal wieder mit Lando rauslegen... Leaden und er lead mit Xenyshox. Wir werden jetzt einfach mal hier die Tarnsteine rauslegen. Gut. Er hat sich Terra kristallisiert und uns besiegt. Aber das ist ehrlich gesagt nicht mal so schlimm. Denn uns bringt das sehr viel. Denn er kann sich nicht mehr Terra kristallisieren. Er kann uns nicht mehr überraschen. Und wir können jetzt dieses Xenyshox rausnehmen. Eigentlich waren das zwei gute Runde für uns. Natürlich hat er die Hässe jetzt rausgelegt. Aber wir haben Heavy-Duty-Boots Dragoran. Heavy-Beauty-Duty-Boots Dragrai. Hm, gut. Hier gehen wir jetzt einfach mal auf die Donnerwelle. Wir haben Hex. Knock-Off macht guten Schaden. So. Hier gehen wir einfach mal auf Recover. Der wird jetzt mit Upstruck keine 50% machen. Bullet Punch wird keinen Schaden machen. Also können wir hier safe auf Recover gehen. Ja, wie gesagt. Knock-Off. Palipper kommt rein. So. Dieses Pokémon könnten wir auch paralysieren. Bringt uns in diesem Fall eigentlich nicht so viel. Aber Hex würde dann mir Schaden machen. Und ich will jetzt einfach mal drinnen bleiben. Um zu scouten, was er macht. Okay, er geht auf die Kehrtwende. Wir haben zwei Pokémon. Paralysiert sehr gut. Er kann jetzt eigentlich in Bass Collegion und in Greninja immer gehen. Wir haben Summer Center für Bass Collegion. Also, ja. Wir könnten uns auch Terra kristallisieren. Werden wir dies tun? Ich denke mal nicht. Aber ich werde jetzt auch nicht in Summer Center rausgehen. Für Xerox hätten wir Raging Bolt. Ich könnte mich Terra kristallisieren und Fun-O-Wave rücken. Wir gehen jetzt einfach mal auf Fun-O-Wave. Er geht auf Wave-Crash. Besiegt uns. Er bekommt Recall-Schaden. Nun gehen wir in Summer Center. Summer Center würde auf jeden Fall eine Taget tanken. Und wir gehen auf Knirscher. Okay, er geht in Zapdos. Ist auch okay. Denke ich mal. Bitte keine Statik. Para, danke. Leute. Seht euch mal sein Team und Raging Bolt an. Hm, hm. Das könnte sogar wirklich ein Raging Bolt Sweep werden. Wir treffen drei Pokémon sehr effektiv. Zapdos kann jetzt nichts wirklich gegen uns machen. Gut. Aber ich will jetzt nicht so safe rein wechseln. Wir gehen in Drago ran. Er wird auf Hurricane wahrscheinlich gehen. Ja. Hier können wir einfach mal auf Turbo-Tempo gehen. Machen den Pokémon Schaden. Statik. Okay. Jetzt gehen wir auf Zugabe. Er könnte auf Hurricane oder auf Ruth gehen. Wenn wir ihn auf diese Attacke locken. Wäre das gut. Gut, Donner. Aber Leute. Wie gesagt. Wir können hier jetzt den Raging Bolt geben. Boost Energy Trigger. Somit haben wir schon 533 Attack. Special Attack. Wir gehen hier auf Gedankengut. Denn, wie gesagt. Was will der Gegner gegen uns tun? Thrizzle ist egal. Denn wir haben Thunder Clap. Water, Shuriken, Greninja könnte ein Problem sein. Aber die Attacke resisten wir. Hier gehen wir einfach mal safe auf Donner Blitz. Der Gegner kann sich nicht mehr Terra kristallisieren. Ja. Bullet Punch von Sherox macht auch nicht so viel Schaden. Und wir haben 799 Special Attack. Raging Bolt wird hier auf jeden Fall einen Sweep hinlegen. Hier dafür haben wir Thunder Clap. Ist ein One-Shot. Sehr schön. Gut. Und diesen Kampf haben wir somit mit Raging Bolt gewonnen. Sehr schön. Und der nächste Gegner hat ein Iron Threads, Dragoran, Gawking, Fire, Ogapon, Valspring, Golden Grund, Iron Valiant. Gut. Gut. Ja. Ich muss sagen. Ich kenne wirklich nicht die Namen von den Generationen neuen Pokémon auf Deutsch. Muss ich schon sagen. Ich weiß nur, dass die Paradox-Formen einen... Also die Zukunft, die Vergangenheitsformen finde ich generell einen komischen deutschen Namen haben. So wie in Englisch. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Wir erleden wieder mit Landorus-T und der Gegner erleden mit Iron Friends. Gut. Hier gehen wir einfach mal auf... Also zwei Möglichkeiten. Eier Eye Spinner, Erdbeben oder Tarnsteine. Summer Center. Ich gehe mal in Summer Center. Ich könnte mir Eye Spinner sehr gut vorstellen, da die Attacke vierfach effektiv ist. Und hier gehen wir einfach mal auf Buddy Breath. Die Frage ist, legt er die Rocks dafür, verliert er sein Iron Threads. Wir können die Hesos nicht empfehlen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er auf diesen Tag geht. Aber nein, er geht in Iron Valiant. Und wie viel Schaden macht Buddy Breath? Oh, kein Schaden. Könnte man ja eigentlich sagen. Nun können wir in Landorus-T wieder gehen. Ich hoffe mal, dass dieses Valiant physisch ist. Dann kann es jetzt nicht so viel gegen Landorus-T tun. Da, wir ja den mit Droh haben. Gut. Und der Gegner geht auf Mondgewalt. Okay, der Two-Shottert uns. So, ein spezielles Iron Valiant hat dieses irgendetwas gegen Golden Goal. So, Iron... Valiant, der Galagladi, Gardeburg-Klon, so Callmind, Spukball, Mixed, Abschlag. Okay. Okay. Hm. Vielleicht reicht er die Range nicht aus und deshalb gehen wir auf die Tarnsterne. Schade. Gut. Wir können jetzt in Golden Goal gehen und gehen einfach mal auf Make-It-Rain. Eine Tacke werden wir tanken. Ich denke mal, dass das Mixed mit Abschlag ist. Deshalb werden wir die Tacke tanken. Besonders, weil wir physisch defensiv sind. Und Make-It-Rain ist eigentlich eine gute Entscheidung. Jetzt haben wir schon ein kleines Problem gegen Gorge und Gefeier. Aber solange wir Dragoran haben, wird das jetzt kein Problem sein. Aber die ersten drei Runden sind für uns jetzt nicht so gut verlaufen, muss man sagen. Ich hätte wahrscheinlich einen anderen spielen sollen. Vielleicht. Obwohl ich jetzt nicht weiß, was ich anders hätte tun können. Hätte ich ein anderes Pokémon opfern sollen? Maybe. Aber ja. Denn wir haben jetzt Lando verloren. Unser Mascento, wenn es reinkommt, bekommt nicht mehr seinen physischen Defensive Boost. Aber zumindest ist dieses Iron Variant down. Das ist gut. Und jetzt ist Darkrai der schnellste Mon. Denn er hat Boost-Energy bei seinem. Iron Fret schon verbraucht, was auf jeden Fall sehr gut ist für uns. So. Gorging Fire. Hier gehen wir einfach mal auf die Donnerwelle. Ich werde hier mal auf Donnerwelle gehen. Sehr schön. Und wir gehen jetzt sogar mal auf Hex. Auch wenn wir jetzt nur noch 201 Special Attack haben. Hex macht doppelt so viel Schaden. So. Er killt uns. Gut. Wir gehen jetzt in Summer Center. Und gehen einfach mal auf Iron Defense. Er hat das eigentlich nur noch physische Pokémon bis auf Golden Go. Und dieses Pokémon können wir mit Crunch sehr effektiv treffen. So, Crunch. Die Frage ist, Terra kristallisiert er sich? Hm. Könnte er schon tun. So, ja, Terra kristallisiert sich nicht. Ist aber physisch defensiv. Und wir machen null Schaden. Gut. Hm. Gut. Wir haben jetzt auch nicht so viel Angriff. Vielleicht ist er greedy. Ja. Und wir gehen auf Brüller. Sehr schön. Und funktioniert nicht. Ja, gut. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Brüller gegen Golden Go verwenden wollte. Egal. Wir gehen in Darkrai. Bitte. Make it rain. So. Wir gehen in Thunder Glab. Und drücken. Hier ist einfach mal Donner Blitz. Wir sind schneller als ein physisch defensives Golden Go. Das wissen wir. Wir haben über 400 Special Tank. Dank Boost Energy. Wir machen guten Schaden. Der Gegner geht auf Spuckball. Tanken wir. Macht es nicht so viel Schaden. Wir gehen jetzt nochmal auf Donner Blitz oder Dragon Pulse. Mal überlegen. Dragon Pulse. Macht auch. Würde ihn auch besiegen. Und somit können wir das Iron Threads noch ein bisschen Schaden zufügen. Jetzt gehen wir in Summer Center. Das blöde ist Crunch. Hat gegen. Hat gegen Golden Go. 28% gemacht. Gut. Hier gehen wir auf Crunch. Predikten dieses Golden Go. Ich muss hier erstmal so predikten. Recover Golden Go wäre ein bisschen blöd. Okay. Perfekt. So. Reicht Crunch aus? Nein. Also war das die richtige Entscheidung, dass ich hier auf Knirscher gegangen bin. Anstatt mich zu boosten. Und jetzt hat er nur noch vier physische Sweeper. Wir haben ein Speedy Summer Center. Ja. Das könnte jetzt ein Summer Center Sweep sein. Denn wir können unsere physische Verteidigung boosten. Und Buddy Breath macht dann mehr Schaden. Und er macht natürlich auch dann weniger Schaden. Außer er hätte auch eine Zugabe Draguran. Was ich aber bezweifle. Denn das ist das erste Mal, dass ich Zugabe Draguran benutze. Aber okay. Golden Go. Wie gesagt. Wir gehen hier auf Iron Defense. Der Gegner. Gehen hier auf Flair Blitz. Macht nur schmackige 20%. Wir regenerieren natürlich wieder 6%. Dank Überreste. Wir gehen nochmal auf Iron Defense. Und dann müsste das eigentlich schon ein Sweep sein. Morning Sun. So. Hier gehen wir auf Iron Defense. Golden Fire hat ja eine Signature Attacke, die wie Schutzschild ist und die uns verbrennt. Deshalb wollte ich nochmal auf die Attacke gehen. So. Breaking Swipe. Ja. Mir nicht nur ein Angriff. Und Body Press ist sowieso eine Attacke, die die Verteidigung benutzt und nicht den Angriff. Also wird die Attacke jetzt auch nicht schwächer. Breaking Swipe. Wie stark ist die Attacke? Kann das Draguran? Ich denke mal nichts. Aber egal. So. Golden Fire ist down. Sehr schön. Ja. Draguran wird jetzt auch nicht so viel können. Außer das ist ein spezielles Draguran. Iron Frets. Wir sind schneller als Iron Frets. Können es mit Body Press besiegen. So. Der Gegner hat aufgegeben. Er hat gesehen, dass er nichts mehr gegen dieses Pokémon tun könnte. Wir werden jetzt noch einen Gegner in diesem Part suchen. Ich finde das Team eigentlich sehr gut. Generell finde ich ist SummerSend ein sehr gutes Pokémon. Natürlich dank den Sets ist das Pokémon sehr gut. Braucht nicht reden. Aber es ist auch sehr gut gegen Pokémon. Wie. King Gambit. Was vielleicht das beste Pokémon derzeit im Oyo Meta-Game ist. So. Der nächste Gegner hat Slowking, Gala, Kiran, Kratos, Golden Go, Ogre, Pond of Aspring und Chinchino. Ich finde es cool, dass du Chinchino benutzt, Gegner, aber ja. Wir leaden natürlich wieder mit Lando. Mit dem leaden machst du nichts falsch. Hier können wir die Tarnstände rauslegen. Sehr schön. Chili Reception ist okay. So holt ihr einen Hagel für Kiran raus. Okay. Aber Kiran kann eigentlich jetzt nichts gegen ein physisch defensives Golden Go machen. Chinchino auch nicht. Das Ding kann Triple Axel. Und wir haben den Rocky Helmet. Äh. Wir gehen auf U-Turn. Wir sind sogar schneller. Lull. Das wusste ich jetzt nicht. Warum sind wir schneller? Warum sind wir schneller? Ich weiß es nicht. Beginne Summer Center. Was hat dieses Chinchino vor? Tidy Up. Okay. Wie sind wir jetzt immer noch schneller mit Summer Center? Wäre funny. Könnte das Full Angriff und Full KP sein? Könnte ich mir sogar irgendwie vorstellen. So. Wir gehen jetzt wieder in Lando. Und holen dieses Mal die Tarnsterne wieder raus. Surfer macht. Okay. Schaden. Wir gehen jetzt auf die schöne U-Turn. Und gehen in Darkrai. Die Frage ist. Was tut der Gegner? Geht auf Chilly Reception. Ja. Wie gesagt. Wir hätten Uhr. Ihr Licht. Und wir treffen theoretisch alle Pokémon bis auf Gyrum. Sehr aktiv und man spielt ja gerne Fokus misst auf Darkrai. So. Ist das Booster Energy Speed Great Tusk? Nein. So. Die Frage ist. Reicht Eistrahl aus? Das interessiert mich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung. Darkrai. Darkrai. Offensive. Gegen ein. Great Tusk. Defensive. Eistbeam reicht definitiv aus. Auch wenn er Full HD spielt. Außer er hat Spat Staff Investment. Ist er Full Spat Staff? Nein. Aber der hat Spat Staff Investment. Kann das sein, dass er genauso viel Spat Staff hat, dass er einen Eisstrahl von Darkrai überlebt? Könnte ich mir sogar vorstellen. Aber spielt man das auf Great Tusk? Egal. Ogapon. Verspring. Hier gehen wir auf. Ich wollte hier auf ihr Licht gehen. Ich habe zu schnell geklickt. Dammit. So. Häusen vielleicht. Okay. Dann passt es ja noch. Hornish. Okay. Besiegt uns. Können wir jetzt nicht so viel tun. Landroth. Wegen dem Bedroher. Und. Nun. Gehen wir einfach mal auf die Kehrtwende. Schwer Tons wäre in Ordnung. Okay. Golden Go. Hat es den Air Balloon? Nein. So. Die Frage ist. Was hat der für ein Item? Wir gehen in Raging Bolt. Er kann jetzt nichts gegen uns wirklich tun. Denke ich mal. Wir gehen auf Gedanken. Gut. Spukball tanken wir es noch besser. Wir gehen auf Thunderclap. Wir gehen auf Donnerblitz. Ich denke Donnerblitz ist hier die weisere Entscheidung. Okay. Ich dachte er würde rauswechseln. Aber reicht Donnerblitz aus? Okay. Thunderclap wäre dann vielleicht besser gewesen. Aber egal. So. Cincino. Für dich haben wir einen Donnerblitz. Denn du wirst auf Tidy abgehen. Und. Thunderclap bringt nichts gegen eine Statusattacke. Sehr schön. Der Crit war definitiv nicht notwendig. Er kann eigentlich einfach in Kirum gehen. Und uns angreifen. Wenn er an Kirum geht. Müssen wir hier drinnen bleiben. Denn Drachenhauts Kirum wäre gefährlich. Wir sind sogar schneller. So. Meine Überlegung ist. Er spielt keine EVs auf seinen Pokémon. Denn sonst könnte ich mir nicht vorstellen. Warum wir schneller sind als ein Kirum. Und warum ist Landroostee schneller als Cincino. Aber ist Cincino nicht? Auch ohne Investment schneller. Cincino. Nein. Okay. Nicht. Ich unterschätze das Ding. Aber es könnte wirklich sein. Dass er kein Speed Investment spielt. Auf diesem Pokémon. Das könnte wirklich sein. Aber egal. Ja Leute. Ich hoffe, dass euch der Park gefallen hat. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Das könnte wirklich sein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.